Leutnant von Witzland, zeichnen Sie Ihre Leute aus. Welche Entschuldigung haben Sie für Ihre Verspätung, Obergefreiter? Lazarettbesuch bei Ihrem Vorgänger, Herr Leutnant. Helden haben keine Verspätung, merken Sie sich das. Obergefreiter. Für die Zukunft. Willst du mir erzählen, was das alles ist? Mit uns! Steht auf der Gürtelschnalle des deutschen Soldaten. Ja und Gott, Herr Leutnant. Ich habe ja auch gewonnen. Denn es gibt keine schönere Aufgabe. Er hat mir gesagt, sie sind besser als unsere. Sagen nie. Komm hoch. Damit kann schon ein paar Russen zersägen. Eins, zwei, los! Dafür gibt es das ich einst. Ich mache sie auf deinem Sarg, Decker, du schnippt gut, du Jorts! Decker! 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 Was denkst du? Ich denke, ich bin gut. Weil du hier im Torx hattest. Du bist super wirklich. Also denk ich nicht so. Ja. Geesewasser. Hast du einen Schalldarmol? Den brichst du einfach rum? Und schon denkst du nichts mehr. Sei froh, dass du noch flennen kannst. Nur bei guter Schmierung läuft der Motor. Wie heißt ihn eigentlich? Möller. Davon haben wir viele. Wir fass bis zum nächsten Mal. Ist der gemeingefährliche Möller. G.G.M. Alles in Ordnung, G.G.M. Los! Drüben stehen noch ein paar Ivans, Herr Leutnant. Der Russenabend versucht sie zu holen. Da hab ich geschafft. Das ist immer genauso. Ist jemand Russisch? Ich, Herr Leutnant. Ruf dich doch mal rüber, ob die mit Zeitmeiliger Feuerpause einverstanden sind. Damit jeder seine Leute holen kann. Entschuldigung, Herr Leutnant, aber das ist verboten. Das weiß ich genau. Der Herr Hauptmann würde das bestimmt nicht zulassen. Halt die Freize, Müller! Dummelsau. Bringst du das Kriegsgericht? Ja, machen Sie das nur. Aber dann werde ich austacken. Verboten sind Feinkontakte. Wir brauchen kein Kriegsgericht. allem. Puck mal. Wir schieben die Sauern verstopper Kühe. Kommst nochmal in die Zeitungen. In stolzer Trauer. Danke. 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 You wanna tell me what this is all about? Was denn die Feierde? Feier ist die Feier. Ich bin fest da mit der Schammer der Wachtlein. Von ihm russisches Aboteur. Das gibt nichts mehr zu fessig. Was ist der Grund? Das mach ich nicht. Lohnt sich nicht gehen. Nur die Schicht so schnellst du dich dazu. Du kannst eh nichts machen. Die haben Schweine, die haben's wenigstens. Kann das nicht. Das ist ein Schicht. Du kannst nicht. Das ist ein Schicht. Du kannst nicht. Du kannst nicht. Feuer! Los geht's! Komm heim, Gideon. Komm heim! Wo ist er als Zuhause? Wenn du als Soldat verreckst, sind sie sogar stolz an. Bist du aber nicht mehr so gefällt? Was ist denn hier? Oder ich? Ich bin hier schon gar nicht mehr. Ich bin hier schon gar nicht mehr. Ich habe es Zeit. Ich bin es Helfer, ich bin hier. Ja, ich bin hier schon gar nicht mehr. Bist du sie so tevine? Es ist so leid es, wenn du das so leid weißt. Ich bin hier schon für euch. Ensei, ich weiß nicht mehr so, wie ich dich das mache, wie ich... D. Der nächste Schritt ist weg, nicht die Butter. Ich denke, du bist das Scheiße. Bis auf die Sterne, ne? Ich bin zu mir. Weiß das? Ich denke, du bist das Scheiße. Ich denke, du bist die Übernahme. Ich denke, du bist die EN-BED-importung. Ich denke, du bist das Scheiße. Ich denke, du bist das Scheiße. Ich denke, du bist die jedem.